ich weiß gar nicht was wir machen sollen 100 wände mehr sogar 30 kommen dahin wenn wir das noch auf die gleiche höhe machen die werkbank und ofen schnell ja ja ofen auch noch das muss ja geschmolzen werden ach so okay ja gut naja nee warum soll ich sowieso jetzt nicht können wir auch bei s plus gucken ob das gibt aber glaube ich nicht rufen sagtest du oder rufen schmelzofen bei 20 doch den gibt es den gibt es ach da bauen wir stein wir haben doch stein wir haben ja stein also es gibt den auch von s structure auf jeden fall den sollten wir nehmen auch die werkbank gibt es davon das mit genau es ist mit ich weiß nicht ob das ist ein unterschied macht bei den dingern das kann ich nicht sagen aber vielleicht ist ja hier schon drinnen jetzt du brauchst auf jeden fall leder wenn du kein leder hast dann kriege ich mal leder rüber aber noch eine menge ist da drin leder naja drin noch nicht okay hatte ich hole den leder ich gebe dir leder ja ja das wird ja noch immer die werkbank kann ich bauen ja für den ofen 40 fasern feuersteug feuersteig warte kriegst du ja ok ich hab noch bären noch aufstellen drinnen hä ja klar das schaffen wir noch 13 minuten willst du die bank nehmen ach so kann ich machen ja haben die viel gewicht denn so sie muss bei olaf sowieso noch die fundamente ach warte mal die fundamente pack ich jetzt auch nicht bei olaf rein weil die nicht mehr brauchen die packe ich hier mal ins zweiten schrank erstmal rein so ja ich glaube da ist ein fehler wegen dem dach da ja schnölle schnölle ja das geht stopp eins wieder rauf ja ja so links und rechts in den türen oder was ja ich bau jetzt hier drin ok ja ey olaf nicht so viel oh jojojoj ja so ok ja ja da kann man es dann unterwegs bauen alles oder reparieren ja operieren operieren ja ja guck und wir haben so eine klimaanlage drin älter selbst wenn der ofen eiern ist werden uns nicht scheiß hier drin ey Wir setzen uns auf dem Pott hier, also auf dem Dings, und uns wird nicht scheiß. Jetzt müsste man echt noch, Olaf, eine Möglichkeit geben hier von drinnen zu sagen, Olaf, lauf mal dahin. Das wäre noch super. Wenn man sagen könnte, jetzt wirklich los und dann läuft er und nebenbei spielen wir Mikado oder so. Ja, da kannst du mal die Augen zumachen oder so. Ja, gut, Bett haben wir auch noch nie gebaut, ne? Oh, Scheiße, Aua! Was? Wieso? Ich bin auch raus. Das ist ein Notausgang. Oh, so nicht schlecht. So nicht schlecht. Oh, nee. Wir könnten auch mal ein Bett bauen. Ein Bett? Ja, damit wir einen Spawnpunkt haben, falls doch mal was passiert, sonst landen wir ja wieder auf der Stadt. Aber in der Hütte dann? Ja, in der Hütte hier, ja klar. Es gibt ja nur einfache Etagenbett. Alter, Etagenbett, Pelz und Wolle und Haare, ne? 200. Na, die brauchen wir. Ja, und Polymer brauchen wir auch. Also kriegt es nur dieses einfache Bett. Es gibt ja auch nichts anderes, glaub ich, nur die zwei. Etagenbett brauchen wir auch noch mal. Ja, irgendwann, ja. Du schläfst aber unten. Ja, gerne. Ich oben. Außer es wird irgendwie warm von oben oder es kommt... Nee. Gibt es davon auch wieder was auf Stufe 7 von S? Schmeckt schon? Einfaches Bett hier. Ist Stufe 7 war das? Ja. Das hier ein Schlafsack ist doch doof, ne? Ein Leder Schlafsack, den wollen wir nicht schon wohnen. Da ist man ja nicht auf Camping. Es gibt noch ein anderes Bett. Das ist... Also das von... Los Simple Bett. Ja, ja. Was kann das denn? That's may not make the most common. Snap to each other, press G to disable. Ich weiß ich nicht, sollen wir das nehmen? Ja, klar. Wollen wir wieder S-Ding. Wahrscheinlich haben wir sowieso das Meister drin. Dann bau doch mal zwei. Haben wir auch Platz für zwei? Ich weiß das nicht. Wir können doch in einem Bett schlafen. Ja... Halt, ich hab so 6% Resistenz ey. Hm. Kannst bestimmt bauen, oder? Fehlt ja was für zwei. Ich kann grad zwei machen. Ja, dann... Ich weiß... Ja, mach mal zwei. Wir haben nicht so viel Platz, aber mach mal zwei. Also die müssen wir wahrscheinlich aufs Dach stellen. Ich weiß echt nicht, wo die Nacht. Oh, ich hab Level Up. Oh, Kondition. Ich bin 93. Ich hab ja geguckt, was es mir im letzten Level noch ein Druck gab. Ah, die kann man ja wahrscheinlich auch mal umrücken. Ja. Bei S... Ja. Stimmt, deswegen ist es auch besser. Es gibt ein Swat-Schild. Bei Stufe 92 gab es ein Swat-Schild. Also Swat, ne, diese Einheit. Wo bist du hin? Bist du nach oben? Hier oben. Ja. Guck mal, ich möchte gerne unter der Steckdose schlafen. Okay. Das ist so elektrisierend. Guck mal. Guck mal, wir können auch ein Ehe-Bett machen. Ja. Was steht da? Schnellreisen. Items fallen lassen. Was? Das ging direkt ran. Ach so. Ähm. Wir haben jetzt hier... LOL. Was denn? Ja. Du kannst mehrere Basen haben. Und wenn du da Betten hast, machst du eine Schnellreise hin und zurück. Oh, du sollst nicht. Aber ich glaube deine Items musst du bleiben hier, weil es steht ja Schnellreise. Items fallen lassen. Ja. Du musst dann... Oder da müssen wir vielleicht zwei Schränke hinstellen. Einer dort. Einer da rein. Einer da rein. Ja. Klar. Ja. Ja. Hinwegen gilt nicht. Guck mal, wie meins heißt. Guck mal, wie meins heißt. Kalimbo ist Betty. Warte. Ich hab noch was. Dauert noch einen Augenblick. Warte. Yes. Oh Gott. Guck mal, wenn wir dann eine schöne Freude anhaben. Ja. Ne? Die Klimanlage voll durch als unser Kühlschrank. Ja. Ne? Nach einem langen Tag. Das ist dann richtig romantisch. Aber wir sind wirklich nicht liegen in der Nacht, oder was? Mal, wenn uns warm wird, dann machen wir mal 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 das Fenster auf. Oder wenn wir gepupst haben, ja. Ja. Ja, Frauen können noch schlimmer stinken. Ja. Gut. Das ist doch super. Super. Hatte ich hier auch nicht dauernde Leuchter angemacht? Sag mal. Und werde mal wieder Belebung brauchst du sag gleich eine Steckdose da? Ja. Deswegen wollte ich da auch schlafen. Ja. Gleich. Schwupp die Wupp. Dir geht's gut. Wird doch was, wird doch was. Steig mal auf hier, komm. Ja. Da, guck dir unser Meisterwerk an. Ja, nice. Wenn man das so mal sieht aus der Luft, ne? Und du meinst, wir sollen das nachher da drüben auch auf die gleiche Höhe machen? Ja, sieht schon besser aus. Können wir machen, ja. Haben wir da hinten jetzt komplett? Doch, ne? Ich hab da nicht ne Reihe vergessen, oder? Ich bin wirklich gespannt, ob bei der Größe überhaupt, ob das da noch her zählt. Weil da hatten wir ja extra alles komplett eingezäunt. Siehst du das? Also das war unser altes Stück und das ist hier halt nicht komplett eingezäunt. Sondern hier ist ja noch überall dazwischen Platz. Bin ich mal gespannt, ob das nachher zählt, dass hier keine Viecher mehr kommen. Aber dann, ja, ja, doch. Ja, gut. Aber dann müssten wir Kyosho. Dann müssten wir aber theoretisch, wenn du jetzt mal guckst, was fällt dir auch bei dem Tor da vorne? Wollen wir jetzt hingucken? Ja. Das ist nicht lasiert. Nein, das geht nicht um das Tor. Nix. Guck dir mal die Höhen der Mauern dann an. Ja, gut, dann müsstest du noch mal Reihe drauf machen. Wenn du danach gehst, ne? Ja, deswegen. Also da müsste man, aber gut, das ist vielleicht das kleine Stück, da müssen wir mal überlegen, weil dann müssen wir hier komplett einmal rrrr. Und da auch nochmal rrrr. Das ist nicht gerade wenig. Die beiden leben auch noch. Die haben auch ja Futtertruck da oben, die sind glücklich. Naja, jetzt haben wir ja hier Schmelzofen, den Dino drin, den Olaf, da kann man vor Ort alles operieren. Dann geht das definitiv. Weil wir kriegen ja zwischendurch auch Eisen immer. Ja. Und zur Not nehmen wir einmal 10 Barren mit, oder? Ne. Was ist das Problem? Gut. Ja, dann machen wir heute ein bisschen früher Feierabend einfach. So zwei, drei Minuten ist auch nicht das Problem. Geht ja nichts zu sagen, hier auf Not gedrungen irgendwas machen, ne? Ist doch Quatsch. Wie geht's Jenny und Dirk? Wir brauchen auch noch hier ein Reitteil, ne? Aua! Kann ich auch nochmal betäuben. Alter! Ich kann nicht töten, ich habe Tötungsfeile drin. Wo bist du? Ähm. Boah. 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 Sokens nicht extra auf… …ach Mist. Boah. Boah, voll ins Knie. Oh. Da sieht man die Fortnite-Skills. Boah. 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 langsam umfallen. Das ist voll im Kopf. Habe ich getroffen? Wie okay? Hast du nicht was? Okay, jetzt ist gut. Die Rüstung geht jetzt kaputt. Ja, und dann nimm die Waffe runter. Achso! Ist gut jetzt. Ja, nimm die Waffe runter. Guck dich mal mit dem Mausrad von außen an. Ich hab das verlegt. Ich musste es wieder einstellen. Ach ja, stimmt. Leg die Waffe weg. Achso, ja. Alter! Oh ja, klar. So, es ist gut. Bist du auch mal bewusst? Du hast ja scheiß Resistenz aufgebaut wegen diesen scheiß Pfeilen. Du Arsch. Jetzt weiß ich, warum du es gemacht hast, warum du es gelevelt hast. Nein, das wird benommen, halt. Ja, und dann ist auch eine Resistenz bestimmt dagegen. Oh, das ist ja gut. Bestimmt, wette ich mit dir. Mann. Also, ich bin nicht betäubt oder gar nichts. Was? Nee. Na gut, ich auch nicht, aber... Oder sind unsere Pfeile schlecht irgendwie geworden? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Aber gar nicht sehr komisch. Gut, jetzt passt es auch in der Zeit her. Oh. Oh. Ja. Oh. Wir haben draußen ein gutes Stück weiterbekommen. Fundamente stehen. Letztes Ton steht auch. Und wir brauchen jetzt nur noch... Ich schenke mal, wenn wir nochmal 100 oder 150... 150... Ähm... 150 Wände machen, ist das soweit alles gut. Und dann wird das, glaube ich, passen auch. Und dann werden wir soweit damit fertig sein. Wir können uns das nächste Projekt vornehmen auf jeden Fall. Ich danke euch für eure Treue, für eure Abos, für Likes, für Kommentare, für alles was dazu gehört. Danke, danke, danke. Wir sind's in den Livestreams. Habt einen schönen Tag oder Abend. Bis dann. Ciao, ciao.